Hallo meine Lieben, ich wollte mal noch einen kleinen Vlog machen und zwar, ich hatte ja heute wieder an Arztfamilien, gestern auch schon. Und ich hatte ja eigentlich Let's Play versprochen, das wird es auch noch geben, nur ist das alles zur Zeit ein bisschen viel für mich und es soll jetzt nicht heißen, ich verspreche und verspreche und verspreche, Let's Play oder so und dann kommt dann nichts, das tut mir leid, mir geht es auch nicht so gut, mache mir viele Gedanken. Ja, gesundheitlich geht es so zur Zeit, könnte besser sein, aber naja, so ist leider nun mal das Leben, das kann man sich leider ja nicht aussuchen. Bis dann, ihr Lieben, ciao.